Gibt es auf meinen Grundrentenzuschlag einen Abschlag? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die Grundrente ist ja aktuell wieder mal ganz stark im Gespräch. Die Deutsche Rentenversicherung hat ja mitgeteilt, dass bis zum 31.12.2022 rund 1,1 Millionen Menschen ihren Grundrentenbescheid erhalten haben. Viele werden sich natürlich gewundert haben, zum einen, weil sie die Grundrente gar nicht ausgezahlt bekommen, weil zum Beispiel Einkommen aus dem vorvergangenen Jahr oder vorvorvergangenen Jahr mit angerechnet wird und zum anderen, weil die Grundrentenzuschläge, also die zusätzlichen Entgeltpunkte hier auch noch einen Abschlag haben. Ja, im Gesetz steht, dass dieser Zuschlag, der sich aus Entgeltpunkten errechnet, dass diese Entgeltpunkte grundsätzlich mit einem Abschlag von 12,5% zu versehen sind. Das heißt also, sie haben grundsätzlich in ihren zusätzlichen Entgeltpunkten für die Grundrente, für den Grundrentenzuschlag, einen generellen Abschlag von 12,5% drin. Im Übrigen war das, also dieser Abschlag, war ein Kind der CDU. Die CDU wollte unbedingt diesen Abschlag haben, damit man dieses sogenannte Äquivalenzprinzip im Rentenrecht gewahrt sieht. Ja, also Sie sehen, was konservative Kräfte hier in Deutschland alles so schaffen, um eventuelle Leistungsansprüche von Menschen hier zu kürzen. CDU, CSU hat bis heute leider nicht begriffen, dass die gesetzlichen Renten hier in Deutschland zumindest für 10 Millionen Rentnerinnen und Rentner bei rund 1.000 Euro liegen. Und das ist wirklich ein Schlag in das Gesicht. Also, meine Damen und Herren, in der Grundrente gibt es einen allgemeinen Abschlag von 12,5%. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.